Wir fahren mit Wegen! Wir fahren mit Wegen! Oh, da bin ich wieder! Ich bin da nicht begrenzt oder? Äh, irgendwas mit Wegen gesagt. Oh, ich bin da nicht so gehört. Sie glänzen am Rechten, Fahrbahnrand, Vorsicht! Nötigen Abstand halten! Willst du den Zivilisten nicht ausweichen? Die stehen auf der Straße! Noch keine Spielstraße hier! Oh, das ist eine Wegen. Wir fahren mit Wegen. Wir sind in den Zivilisten. Sie sind in der Zeit, die in den Zivilisten. Ich bin da nicht mehr durch. Wir fahren mit. Wir fahren mit. Wir fahren mit. Wir fahren mit, was wir sind. Sind wir schon da? Nein Nicht stülp, jetzt drehen wir um Oh, er ärgert mich Ich habe zum Beispiel spielen die quengelnden Kinder auf dem Rücksitz Was ist das? Okay, ich mache die Tür auf, Pixel, du stoßt ihn los Coach, getrennt Convoy halt Roll halt Motorhaus Bitte? Die Mutter war da raus Dann haben wir eins und wir da noch gewonnen, werden gewechselt und dann geht es weiter China, muss die dann ganz schnell in seinen Router wählen Okay, dann Convoy wird weiter, langsam in Gang Okay, dann können wir wieder Getrennt, aber Was ist denn auf den Noren? Ja, der komplett getrennt hat wieder sein Bei Territory, scheinbar nicht Moment, pink, ja, okay Genau So, das müssen wir Gaddafi befreien? Genau Die arme Sau Ja Der wird total Missverstanden Missverstanden Ja Auch nicht schlecht Und Spaß Langsam mit der Kuppel Haben wir noch gar nicht Kommt, boy halt Kommt, boy halt Wer holt sich hier eine Hütte? Ja, holt schon gerade mal, man hört sich ja komisch an Kann man nur eins dazu sagen, was ihr für Gedanken habt wieder Alpha, lead an alle Alphas, wir haben Feindkontakt im nächsten Dorf Ich erkenne ein paar Einheiten, ich bräuchte hier vorne noch, bitte Taze Morgen, gleich Regila, du fährst rechts neben den ersten Humvee, wir haben im nächsten Dorf Feindkontakte Bitte nochmal, ich soll jetzt Vorher bist du mit der ersten Humvee rechts davon hinstellen Okay, stopp, alle aussteigen, die nichts zu tun haben Welche Richtung ist der Feindkontakt? Im Dorf Äh, Taze? Ja Äh, ich hab gegnerische Kontakte, wir sollten uns mal ein bisschen absprechen Du kannst mal mit dem Fernglas schauen, die... Ja, ich hab keins dabei Bleibt ihr mit dem Fahrzeug? Ja, ich hab keins dabei Okay Ähm Jungs, ihr müsst nicht alle aussteigen, ich brauche nur Taze Zum Besprechen Ne, ne, ich hab meinen gesagt, sie sollen aussteigen, die nichts zu tun haben Okay, passt, passt schon Also wie gesagt, ich... Ich hab auf 40 Grad hinten an der Tankstelle Seh ich rein 40 Grad, Moment Ja, da liegen welche, bei der Tankstelle hinter dem Haus liegen welche Ich würd sagen... Also ich hab keine Sicht aufs Ziel Hat irgendjemand aus meinem Team Fernglas? Ja, ich Ja, ich Kann man nicht die Position wechseln, ich fühl mich da oben immer sicherer Kannst du, äh, Pixel kannst du mir das geben? Ich hab noch 40 Grad Ich seh CO und ich seh sonst nichts Ja, kann ich... Wollen wir machen Position, also Fahrer- und Schützenwechsel So verstanden Gibt es hinter Ja Schau mal nach rechts Und schau mal rechts an dem Baum direkt vor uns vorbei Da siehst du, zwischen Baum und großem Gebäude liegen welche auf dem Boden am Marktplatz Gesehen? Hä? Nochmal Gib mir, gib mir eine Gradanzage Moment So, ja 12 Grad 12, also von mir aus sind es 12 ungefähr Ja Siehst du da an dem Baum? Ja, jetzt seh ich sie Ja, ok, ok Also, die Frage ist halt, wenn wir jetzt rechts vorrücken, ob die uns von links beschießen Weil dann haben wir keine Deckung mehr oder so gut wie keine mehr Ok, ich guck mal wo wir sind Wir sind... Hier... Ja, wir haben nicht viel Möglichkeiten Da ist entweder großräumig rechts drum oder geradeaus, weil links ist ja dann das Wasser Hm Also ich hätte eher gesagt, wir fahren zwei Humvees nebeneinander Sobald der Beschuss erfolgt, beziehungsweise Wir fahren jetzt noch bis zu den Häusern dort vorne Bei den Häusern steigt die Infanterie aus Die Humvees fahren mit Schrittgeschwindigkeit weiter und wir geben hinten dran Deckung Ok Ja, ich bezweifle mal, dass die von links dann großartig nach rechts schießen werden, weil die werden dann die Häuser vor der Fresse haben Eher die von vorne werden uns beschießen Ja, machen wir so Ja, dann nutzen wir die Humvees als Deckung, die haben ja von vorne Schutzschilder, also von daher Ja, dann... Klingt gut Ok, Alpha 1 wieder aufsteigen Ok, wieder rein Jungs Wir fahren links, ihr Fahrt bitte rechts, ok? Ok, ja Milo, wir fahren rechts neben den Humvee aus gleicher Höhe, vor bis zu den Häusern Und die Kontakte sind bei der Tankstelle, ja? Einmal in der Tankstelle und einmal wenn du weiter links schaust, da ist mal so ein hoher Häuserblock Links daneben ist ein Markt, da liegen sie noch welche Und fahren wir jetzt da in den Häusern links rein oder fahren wir auf der Hauptstraße weiter? Ja, da haben wir ja auch ein paar Felsen dazwischen, die werden uns wohl nicht beschießen von der Häusern Wahrscheinlich nicht mehr Ja, aber pfff Der Marktbus ist etwa da, ne, glaub ich kaum dass wir uns treffen können Also du, äh, konzentrierst dich auf jeden Fall mal mit deinem MG nach vorne und nach rechts, weil wir rechts von dem anderen Humvee fahren, dann sollen sie sich um die Linken kümmern Okay Wollen wir jetzt, äh, die wir fahren irgendwie Ja, wir fahren neben dem anderen Humvee Okay Den werde ich mich aber dann, wenn wir halten Wenn wir halten, dann Links einlenken, äh ne Ich musste ja eigentlich rechts einlenken Achja, und sobald wir dann da unten eingekommen sind Ich wird links einlenken Ich kann natürlich nicht die Entfernung einstellen bei dem Schalt MG hier Dann werden wir das auf jeden Fall so machen, dass wir dann aussteigen Den haben wir als Deckung benutzen Und da haben wir dann immer langsam vorfährt Hast du Schiff-V ausprobiert? Au! Schiff-V, hier bin ich beim Sniper Oder Schiff-V, oder? So, verstanden Okay Ähm Du musst mal gucken, ne Mausrad, den AT-Modus Milo, wenn da eine Humvee losfährt, fährst du mit Die fahren jetzt gleich Oh ja, wo... Oh 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 Ja, Fahrer, Schütze bleiben drin, der Reststreckt raus. Alle irgendwie hinter dem Humvee. Wurden gesehen. Pixel meint, wir wurden gesehen. Links der Straße ist ein Schild, dahinter steht einer, der zieht in unsere Richtung, der hat eine RPG. Links der Straße, hinter dem Schild, einer mit RPG. Motor aus, Motor aus. Soll ich? Haben wir Feuerfreigabe, Wolf. Was habt ihr für Waffen? Trefft ihr? Lugo. Packt seine Waffe weg und holt einen M24 aus seinem Sack. Ja, Pixel hat Zoom, also sollte passen. Ja, Pixel, leg los, komm. Okay, ich feuere. Head-on, suppress. I'm alone. Mach nur Pupeln und Wokin, ja? Wenn ich WD-Fack traue, dann ist das noch klar. Liegt hier einer? Na, denn, nah? Okay. Jetzt den nächsten erwischt. Achtung, Wolf nicht aufstehen. Nein, weder nicht. Boah, ich sag noch nicht aufstehen, verdammt. Auaah. Na, kommt her, alle hintermacken. Danke, Wolf. Ähm, Pac-Man? Ja? Fahr mal so zu dem Rechten, haben wir rüber, dass wir in den Deckung haben. Oh. Äh, sorry, Jungs. Scharfschütze. Ich hab gedacht, das wären die hinten. Mila, ich steige auch aus dabei. Verstehen. Ich kann nicht mehr gehen. Ich auch nicht. Kevin, fahren wir wieder rechts von uns hin. Wir fahren mit dem Deckung, Kevin. Scheiße, wo kommt's noch hin? Was ist denn? Ich konnte rüben vorne. Wolf, benutzen wir da. KDF, wir brechen hier vorne, Medix. Sind schon unterwegs. Warte, komm her, komm zurück. Warte, komm her. Warte, komm her. Ich kann nicht mehr laufen. Hallo, Marco. Ich kann auch nicht mehr laufen. Krabbelgruppe. 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 Warte, komm her. Ungefähr auf die Höhe. Genau, perfekt. Und stehen bleiben. Auf, oder aus. Medix. Ja. Ihr seid aber gleich wieder fit, okay? Jungs, alles klar, boys? Beine wirklich schossen. Musst auch schreien. Bei der Spritze. Ähm, habt ihr einen Medic? Ja, ich bin ja da. Okay. Ja, dann bin ich da. Ja, ich lass nur, weil ich halt auch Medic bin. Ja, ist ja richtig. Ich muss gleich auch noch mit uns. Oh, fuck. Ah, du bist top, Hazel. Okay, danke. Medix. Noch jemand? Ja, ähm, ich hab's dir eben vom Tage. Kannst du ihn untersuchen, dann? Ich geb mir grad selbst die Spritze. Du gibst grad selbst die Spritze? Tazel? Wo ist denn hier? Wo ist denn hier? Ja. Tazel, ich geh eben um den MG runter. Oh, schweiß. Mila ans MG. Adam geht kurz raus. So, Adam, wo ist er? Da ist er. Moment, das haben wir hier. So, Coach. Hast du wer im Einsatz gegeben? Der kommt dann nicht raus. Ich hab's. Ich geh ans MG, Hazel. Mila geht schon. Ja, Mila ist drin. Passt. Wo ist denn da ganz rum? Das ist ein schweres MG. Zwei Leute, drei Leute. Ich weiß nicht genau, was da alles sitzt, aber das ist ein bisschen was. 155 Grad. 155. Okay, du bist sauber. Ja, ungefähr 155. 155. 155. 155. Okay, Mila bleibt da weit drinnen. Wenn du unterstützt und so am Boden jetzt. Ja. Am Boden sag ich ja. Mit dem städtigen Eingrutschirm in 155 Grad. Habt ihr die Entfernungs-Tankstelle? Ja, die Entfernungs-Tankstelle ist das erste Ziel, wo wir hin wollen. Negativ. Ja, warte ich. Ja, warte ich. Ich trink keine Atom mehr. Tricky werden. Jungs, seid ihr soweit wie alle fit? Dürfen 100, 150 oder? Nein, ich hab ein Yard-Messer dabei. 315. Was? Alles klar. Geht dir gut. Rück ungefähr 10 Meter vor. Gut, Jagd. Bin hinter dir. Ja, meinetwegen. Medik. Mila, bist du Fahrer auf hinteren Hand? Hast du hier hinten, Möhre? Hier bist du ganz falsch. So, bin jetzt drin, Wolf. Bin Medik. 10 Meter bitte vor, rück. Das war. Hilfs, rein mit Humvee. Ich bin gespannt. Ich rück mich wahrscheinlich rein. Wolf, was ist Sache? Ja, wir rücken jetzt langsam mit den Humvees vor. Benutzen sie immer wieder als Deckung. Okay. Adan, MG, Mila, Fahrer. Dann fahr mal bitte jetzt gleich nach links. Warte noch, noch nicht losfahren. Nach links. Ungefähr wieder Feuerlinie bilden mit dem anderen Humvee. Wir sehen, wir rücken hinter dem Humvee nach vorne. Wer ist hier Fahrer? Mila. Mila, auch gleiches. Du hörst mich ja. Feuerlinie wieder bilden. Langsam vorausfahren. Wir kommen wieder her. Also, ich geh hinter meinem Humvee hinterher. Ich gehe rechts durch die Flanke. Ja, ich höre ganz herzlich. Ja, wir sind um den Beschuss. Schritt für die Flanke. Das sieht extrem lustig aus. Okay. So, hoho. Backman langsam, langsam. Okay, wir warten. Markus, ich bin direkt weg von euch, ne? Alles klar. Kommt von schräg. Pixel, schau mal rechts in den Hügel irgendwo Richtung 50 hoch. Dann wollen wir das jetzt momentan, warte. Ja, okay. Ich glaube ausrecht. Okay. Da könnte man jemand ne Ahnung, wo die Schüsse herkommen? Das klingt wie ein 20 Grad. Aus der Stadt. Nein! Motor aus. Motor aus wieder. Dammit. Wer rummer hier kam ist bei dir, Nightwilder. Äh, nie. Komm immer mit ihm. Äh, dann. McDonalds Schild. McDonalds Schild. Unter dem Schild, einer. Das sind jetzt zwei. Einer ist, glaube ich, getroffen. Ja, ich wurde getroffen. Ja, ich wurde getroffen. Rechts vor dem Felsen, wo das Schild war. Genau vor uns jetzt. Äh, dann passt. Richtung 15 Grad ist irgendwo einer. Ja. Ich sehe ihn. 39 Grad. Rotten Wettel. Nein. In der Nähe. Oh. Ich schaffe ihn nicht. Ja, ich schaffe ihn nicht. Ich schaffe ihn nicht. Ja. Alles läuft hier? Ja. Ach. Links vom Mcdonalds Schild, zweite Palme, unterm Schild wieder direkt und rechts daneben. Laufen beide nach rechts Richtung Tankstelle. Rauch auf 5, da könnt ihr noch mal sehen. Ja, rein weiter. Okay, ich würde sagen, wir rücken wieder ein bisschen weiter nach vorne. So, wieder Schrittgefeindlichkeit nach vorne. Ähm, Rauch auf 5. Da könnte noch irgendwo einer rumlugern. Okay, wir rücken aber trotzdem vor. Okay, Mila langsam weiter vor. Okay, Pac-Man, wir langsam vor. Ich fühlte jetzt schon langsam durch die Kalben ab. Gorn ist eh besser, wenn wir jetzt draußen, sprich EMG dann und es draußen. Ja. Rauch überall, Rauch nach. Stopp. Egal, wenn wir auf. Wir haben den Tankstelle, wir haben den Tankstelle, wir haben den Tankstelle. Wir haben den Tankstelle, wir haben den Tankstelle. Langsamer Jungs, wir haben nicht langsamer. Lieder, nicht so schnell. Deckman nicht so schnell, ich bleibe nach. Deckman langsamer, langsamer. Gevin, hol' ein bisschen auf. Gevin, muss ihn aufholen. Gevin, muss ihn aufholen. Okay. Ja, da sieht man vor lauter Bräumen gar nichts. Wir gorn' den ganzen Dings von uns. Das klingt ein Haar rechts vor uns irgendwie. Ich hab's nur die ganze Zeit, ich seh' da aber nichts. Ich hatte vorhin an der Straf. Wow. Ja, der ist irgendwie rechts. Das hat das Kugel-Rechts am Papier eingeschlagen. Stecker rechts, dann muss der. Jo. Deckman, wieder ein bisschen lang an. Ich kann nicht. Der ist dann hier rechts in diesem Feld. Da, also zwischen oben bei dem Feld. Pixel, das Haus auf 5, äh 70, wie sieht das aus? Ja, Autopo 30 Grad. Hier. Okay. Niemand. Okay. Helfe? Ja. Ich hatte gerade einen Kontakt. Ich hatte gerade einen Kontakt. Echtes Frauen, Mann. Echtes Frauen, Mann.